moin leute was geht hier ist wieder euer geist da mich nun viele von euch gefragt haben wie man die season 5 zombie herausforderung gepeinigt freischalten kann werde ich euch das jetzt ganz kurz in diesem video zeigen als allererstes braucht ihr eine waffe mit dem hirnfeuler aufsatz wenn ihr dann den hirnfeuler aufsatz habt dann trade zombies hinter euch und achtet darauf dass dazwischen ein roter zombies der von der munitionsrunde der der explodiert und durch seine explosion müsst ihr jetzt zombies töten und dies macht ihr indem ihr mit hirnfeule auf ihn drauf schießt und der wird dann explodieren und die zombies töten hierbei kann ich euch empfehlen dass ihr die horde erstmal so ein bisschen los schießt bevor ihr den mit hirnfeule umwandelt weil dann könnt ihr mit einer explosion viel mehr zombies töten so das war's dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an diese stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal